Wir sind nicht auf der Seite. Guter Schlag. Ah, was ist denn? Nein, das ist nicht alles. Ey. Ey. Schicka. Ja, 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 ja. Was bist du von Sternzeichen? Das glaube ich dir nicht. Aber nach heute Nacht ist sie nicht mehr jung, bro. Nach heute Nacht ist sie Sternzeichen Aids. Egal. Willst du mich hier auf Toilet & Blow? Ja. Dieser Vlog sprengt die Grenzen. Ich schwöre dir, wir müssen direkt Karten im Hotel. Ich schwöre, ich hab gesagt, ich will jeden Tag ein Vlog von jeder Stadt. Wir droppen das. Ja, wir droppen das. Das schneiden wir raus. Das hast du nicht gesagt. Nimm's bitte zurück. Hallo, Ingolstadt. Helena ist ein Konzert. Ich schwöre dir nur noch... Ich schwöre dir auf meine... Leider ist für Kiwi kein Platz im Tourbus. Und deswegen muss ich mir einen anderen suchen, der die Kamera hält. Weil die haben sicher keinen Bock auf die Kamera zu halten. Schau. Da haben gestern eine Note geblowt. Was labern diese anderen? Leute immer, die so gut im Tour machen. Das ist doch gay. So, was soll man da sagen? Ja, ist halt ein scheiß Zimmer. Guck mal, warum interessiert es euch überhaupt? Das ist ein scheiß Zimmer. Manolo. Einer sollte Manolo sagen, dass wir auf keinen Fall bezahlen. Hallo Lisa. Willst du irgendwas sagen? Ich muss frühsticken. Ja, ballert. Ja, aber Zucker frei bitte. Das reicht für die nächsten 10 Tage. Das kann man den Bildschuss anal einführen muss. Statt den Kollegen. Ja, das brauchen wir sicher. Das hat genau die... Das ist hier auch so genobbt und so. Schau, wir dürfen. Schau, Kamera läuft. Wir dürfen. Wir dürfen das. Jo. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir dürfen. Sowas muss auf Kamera. Das ist mega gut, wenn wir Stress machen. Schau, wir dürfen filmen. Ich kann das nicht. Schau, wir dürfen filmen. Da machen wir ein Squirt Emoji und Lackschuh Emoji. Gibt's Lackschuh? Ja, gibt's. Witz. Wir haben die Drugs wieder am Tourbus. Das kennt man ja von, glaube ich, die Nero Gang. E-Tyrosin. B-Complex. Vlog E, wenn wir nicht nur auf Tour sind, oder? Ne, morgen. Weil, ok, na, Spaß. Na, aber das darf man doch nicht... Da ist eine drin, wo braunes Pulver drin ist. Ja, die brauchen wir für das Video. Oh, man. Welche sieht ein bisschen anders aus? Da, dieses Pulver, das ist Kakaopulver. King Wings, aber ist eine gute Proteinquelle. Da, wo die Hose auch ist. Ja, Verkleidung. Aber wo ist die Hose? Wo ist die Chorizo Wurst? Weil, damit war ich heute bei McFit und so. Das ist eher ein Wegwerft T-Shirt von Kick. Und dann getten wir hier in diesem Tank. Yo, 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 Hustendorf Jüngling. Der erste deutsche offizielle Partner von Snapchat, der seine eigenen Filme hat in Deutschland. Folgen wir alle, ich bin der erste offizielle Snapchat Partner in Deutschland. Ich kann euch mal weiter sehen. Weißt du was mega anderes? Was zeigen wir euch? Die random zusammenschneidet auf eine bestimmte Zeit, drei Minuten, alles was da drauf ist. Ah, aber zeig das für die Kamera. Ja, klar. Aber es wäre wirklich mega cool im coolen Blog. Siehst du? Wenn wir so... Ich komme auf ihr Gesicht. Mein Wrist scheint wie Licht. Ich mache Cash in der Trap. Der Rest interessiert mich nicht. Ich rede Money und du Bitch brauchst einen tollen Matcher. Denn wir sind, wir sind, wir sind, wir sind Goldrapper. Ich habe die Watches am Arm. Ich fahre nie wieder Bahn. Bitches sind Red so wie ein Wasserhahn. Mein Read ist grün, so wie ein Fahnen. Goldstatus mit 18 Jahren. Von dir geht es jetzt an den Kragen. Und weil wir nur machen Klamot in Trap. Ich weiß nicht, ob ihr noch was nachholt, aber... Hier kommt es 1,50. Kommt, sie guckt so da so 500er Scheine. So ein riesen Stapel. Und sie guckt da so rauf. Okay, 1,50. Für mal diese unnötige Aufnahme. Für 5 Stunden 14 Minuten reicht noch. Mann. Ich zeige diese Aufnahme. Das ist jetzt Large. Hätte ich X Large vielleicht nehmen sollen. Schau mal, probier mal an. Ja, das ist all right. Aber es matcht auf meine Sneakers, ich schwör's. Ich schwör's. Mann, ist das kein Alkoholproblem. Ich sauf sie alle unter dem Tisch. Boah, ist so gut, ich schwör alles. Das wird der Show-Outfit sein. Ich bin gespannt, wie das bei den Jungs ankommt. Mein neues Designer-Shirt. Gas Station. Gas Stations und Konzert-Locations. We're running up the stage. Das einzige Workout, was ich mache, das einzige Workout, was ich mache, ist run up and check. Bring up the chair. Bring up the chair. Hörst du? Ja, das andere Mal hier brechen. Ja, das andere Mal hier brechen. Ja, das andere Mal hier brechen. Ein Europa-Tour. Ein Europa-Tour. Ja, aber in... Da haben wir hin kommen. Eigentlich hier hab ich gekriegt. Das ist zu lang. Du machst das. Ich wollte essen eigentlich. Du machst das jetzt. Lock ihn doch. Lock ihn doch. Mit dem Geruch vom Chick-Muin. Na, egal. Lock ihn doch. Wir machen einfach mal was. Ja. Also... Oder Frog. Frog. Frog können wir machen. Könnten wir zum Beispiel einfach hier wegziehen zum Beispiel. Da hab ich schon mal einen Schläge ins Gesicht bekommen. Das ist aber viel. Wie? Fennin. Auf der F***. Fennin, komm zeig uns. Ist der hier? Ist der da drunter? Mois? Wo versteckst du ihn? Warte jetzt. Du suchst uns nicht in Rom. Hallo. Hallo. Hühnen. Knöpfe sind zum Drücken da Mois. True. Ich klicke meinen immer so bei zwei Gruppen. Klick. Schwarz. Weißer Fleck. Er wird das jetzt monatelang durchziehen. Das ist schneller warm hier. Weißer Fleck. Schwarz. Weißer Fleck. Weißer Fleck. Weißer Fleck. Weißer Fleck. Weißer Fleck. Oh, schau auf dich. Weißer Fleck. Weißer Fleck. Der Track ist krank, sick. Aber nicht zu. Come on, come on. Und kacke meinen scheiß MCM. Ich krieg mich hundert Aktie-Mail über mein Laptop. Und meine... Das ist ein Traum. Oh, ich will. Ich krieg meine Kohle-Fähre. Shake live, shit. Ohne, teuer sogar. Mois. Das war's. Mega. Aber wie der Scheiße ist. Damit geben wir uns nicht Blutante. Der Fuß ist auf die Junglinge vor dem Markt. Gerade hat uns Security angegriffen. Weil der meinte, wir dürfen da drin nicht filmen. Und ehe ich nicht die Aufnahme lösche, lässt er mich nicht raus. Also hab ich meine Jungs auf die gehetzt und bin weggegangen. Natürlich... Also wir fliehen jetzt. Manolo ist noch dort und regelt. Er zählt da irgendwie. Keine Ahnung. Yo, Bro. Und? Bist du schon gegangen? Oder bist du noch festgehalten? Ja. Okay. Sollen wir euch jetzt abholen? Naja? Hab ich, wir machen jetzt mal einen guten Soundcheck. Bzw... Ey, cool... Ey, cool... wassup? Wir machen jetzt mal kurz Soundcheck. Ey, 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 eyy... Ich bin cooler als ein Keytrol deux, scheitende alle! Ich bin gar nicht mehr... Ich bin gar nicht mehr... Wir gehen nach wie sei denn los, aber wir gehen ins Zimmer und ey ey! Leute, auf Schall, achte! Alles gut, Leute, alle sind mehr. Hassen nach vorne! Hassen nach vorne! Er war nicht mehr! Hap was wir wollen! Die Kirche dreht dich weg! Moos! Zu viele Mohnbrüchen! Bro! Seppo! 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 Das ist dein! Viele Mohnbrüchen enthalten zu viel auf Pia hatte gestern. Bro! White part! Black! Moos! Moos! Was ist das? Power Raid! Sport! Ich habe mich dabei zu vergewaltigen! Und ich wollte filmen! Ich habe ja gesagt an alle! Egal, jetzt dann! Wir machen das privat, ok? Du hast dann zu viel Geld und was gönntest du dir? Ja, ich wollte so diesen Raid, weil ich habe keinen Move holen. Das passiert alles noch und wenn ihr das gerade seht, dann wisst ihr, ihr seid Larrysway bei ihr nicht dabei seid! Wir werden noch bisschen durchgefickt heute, aber mehr dürft ihr nicht sehen! Ich weiß schon, was mich diese Zigarettenlänge erinnert. Ich hoffe nicht, dass es an deinen Spanik ist! Diese Zigarettenlänge erinnert mich an den Joint, den ich gerade 제일 geraucht habe. Und was? Er weiß nicht, weil er noch nicht gesehen hat, aber er weiß nicht. So, wir haben jetzt ein paar Sachen hier bestellt. Drei Packungen Chips, wollen wir mal sehen, wie diese Ost-Chips hier schmecken. Wir wollen jetzt mal schauen. Ich habe diese Scheiße gepostet, aber auf Snapchat schiech. Die bestellten Chips. Ja, komm aus der Toilette raus, du darfst nicht da so lange drin sein. Du darfst nicht auf der Toilette sein. Ich meine, keiner von uns muss rein, aber du darfst das nicht. Zu einer Toilette getrieben. Hast du dir einen gewichst? Da ist so ein Twix. Ach, das Twix auch noch? Nein, wir hatten eh noch Twix bestellt. Also die fünf auch noch. Wie? Die fünf Twix. Nein! Warum Twix? Haben sie sich jetzt entschieden, weil sie... Nein, wir wollen keine Twix. Kochen sie jetzt noch irgendwie... Irgendwann? Ja, eine Pizza! Nein, von den drei... Wodka! Ich glaube, die Typs sollten dann erst nachlassen. Ja, ein paar Kondomons. Alles klar. Und ein bisschen Escort. Sie brauchen die Huren hier, ich schwör. Ich schwör dir, die Hure. Die dumme Hure, ich schwör dir. Ich schwör dir. Und warum? Ein paar Fischlampen. Hast du Angst? Kann sie mir vielleicht ein bisschen Halsschmerz-Tabletten geben? Und ich so, nee, das dürfen wir nicht rausgeben. Und ich dann so, ja komm, gib mir jetzt so eine Scheiß-Tablette hier Halsschmerzen. Die Haufen trinkt nicht die Chips, die nur sie kaum. Die sollen meine Versace-Guard-Kette küssen, ich schwör. Das schwört mir noch. Okay. Wie sind sie jetzt hier? Halber Liter. 0,2. Okay, wie viel kostet da eine Flasche? Sprudel. Ja, 0,2. Was ist das? 2,80 Euro. Wissen Sie, was? Hängt mehr an die Hure. Na, das lass ich mir nicht gefallen. Nein, der füllt Selbstgespräche, der Trottel. Das hat er auch gar nicht zu ihnen gesagt. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Was? Ja, der... Keine Ahnung, was der dafür vor sich hin labert. Also 1 Liter Flaschen gibt es nicht. Ja, okay, dann hat sich das erledigt. Du Hure. Dankeschön. Böses diesmal gemacht. Wir haben ihn halt geleitet. Keine Ahnung. Ich bin's Hustensaft. Ich bin's Hustensaft. Ich stelle mein Album vor. Trapcord. Das droppt am 15.11. Folgt mir auf Snapchat. Da heißt ich Young Husten. Folgt mir auf Instagram. Da heißt ich Young Hustensaft. Und jetzt kommt's. Folgt mir auch auf Twitter. Da heißt ich auch Young Hustensaft. Unglaublich, oder? Also folgt mir alle. Abonniert auf diesen YouTube-Kanal. Macht das alles. Sonst breche ich bei euch zu Hause ein und ermorde deine Mutter mit dem Teppichmesser. Das hier ist real gold. Das ist heavy. MC, MC, MC in der Backpack. Pull up. Pull up. Pull up. Was händ'n du für'n Cap-Maus? Na krass. So gibt's in Göttingen oder irgendwo. Designer-Outlet. Leipzig. Beste Stats. Der Zallerlitt hier. Yo, Franz, gehen wir so. Oh, ich gönn mir jetzt ein... Das ist echt? Ein Bier gönn. Also man sollte wirklich nicht zu viel trinken und so. Und das hat eine negative Auswirkung. Aber ein Bier hat doch nicht abgeschaltet. Na ja, moll. Ich nehm den Hans zum Glück-Burger. Auch als Menü? Ja. Für welche Brot? Leicester. Auch als Menü zu. Ja. Nicht zu Eis oder so. Soll ich dir die Pickel rausschneiden? Nein. Die dürfen, glaub ich, so in einer Stunde nicht mehr als zwei Burger rausgeben. Die Versorgung gewährleistet das für die Bevölkerung. Das ist aber wirklich gut. Unser Food an, was wir hier haben. So hella ahnbar. Ganz zum Glück. Süß Kartoffeln. Oh, schau, wie das funkelt. Das muss ich haben. Das muss ich haben. Wie viele Jahre garantiert? Zwei Jahre. Ja. Keine Frosch. 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 Wie wir schon gemacht haben. Das ist das zum Beispiel. Okay, das ist schon leer. Habe ich schon ausgepackt. Diverse Medikas ist das. No, ist das. Das ist Kohlenhydrat. Okay. Für was ist das überhaupt gut? Ja, macht Energieschub. B12. Keine Ahnung. Das ist halt B12. Aber laut Studien würden die belegen, dass das wirkt? Minimal, ja. Ist halt nicht krass, ist ein bisschen was. So, auf jeden Fall, man muss hier draufdrücken und dann kommt so eine chemische Reaktion. Na, das ist ein Scherz, oder? Nein. Ja, klar, es ist ein bisschen ein Gimmick. Und dann noch mal das hier auf. Hat man das geschüttelt? Das ist Sysop. Und hier die pure Chemie. Das ist Sysop. Das ist schon arm. Warte, lass mich auch snappen. Warte, mach Close-up, wie das rein droppt. Warte, warte, ich will's von hier sehen. Aber es geht ziemlich schwer eigentlich rein. Ja, ja. Und jetzt shake es. Und jetzt reagiert das. Ja, ich schwörs. Jetzt schau, wie es das Papa macht. Das ist der selbe Schild, den auch die Gangster-Rapper in Amerika verwenden. Okay. Ich mach Geld fürs Video. Plug, 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 plug. Lady,gas! Ja, ja. Jo, Husten, lass mich mal fahren, Maus. Ich hab einfach drauf und fahr da vorne. Ich auch, ich, Maus. Komm, nehmen wir das aber mit, oder? Das ist ein starkes Licht. Gib mir mein Handy. Sonst kauf ich dir keinen Handy. Ja, komm, ich grins nicht so verschmitzt. Wir sind wieder hier. Dieser Vlog wird noch länger. Der wird locker 30 Minuten. Ich weiß nicht, was machst du mit dem Großen? Nimm die Kleinen und das. Nope. Aber das ist gut. Frühstücksspalm. Ja. Sei nicht zu slow. Oh, ich bin auch nicht. Ja. Ja. Das nehme ich und das sieht gut aus. Ja, das nehme ich. Vielen Dank.